Hi! Das ist nicht das Video, was ich ursprünglich hätte posten wollen. Das, was heute heute live hätte gehen sollen, darin ging es um eine momentane leichte Erschöpfung. Und beim Schneiden musste ich einfach sagen und feststellen, dass ich mir extrem selbst in die Tasche gelogen habe. Aber ich habe dann auch gecheckt, vielleicht hat es da ja eine Message drin, die ich weitergeben könnte. Und ich wollte auch unbedingt ein Video drehen, um Danke zu sagen für 1000 Subscriber. Für mich ist das mega krass irgendwie. Ich weiß, viele denken so, ja 1000, was ist das schon? Aber niemals hätte ich gedacht, dass ich so lange bei was bleibe und so verdammt Freude habe daran und dass mir so viele Menschen zuschauen und zuhören. Danke, 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 dass ihr da seid. Und wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, Themenwunsch und so oder Fragen, dann lasst es mich einfach wissen über all meine diversen Kanäle oder in den Kommentaren. Also in meinem Video zu Thema Erschöpfung wollte ich einfach ein bisschen einen Ausschnitt aus meinem Leben zeigen und darüber sprechen, was ich so mache, um mich selbst wieder aus diesen Tiefs, diesen Löchern zu holen. Und nur schon das finde ich so ein bisschen grenzwertig, denn das könnte so klingen, als ob man immer die Möglichkeit hätte, sich selbst aus einem Tief zu holen. Ich bin mega für Selbstwirksamkeit und Methoden zu haben, um sich selbst zu stärken etc. Doch wenn es um Erschöpfungszustände geht, bei denen es vielleicht auch noch körperliche Symptome gibt, aber wenn auch nicht, egal, muss man extrem vorsichtig sein. Denn wo Erschöpfung ist und wo Erschöpfung auch immer wieder da ist, ist ein Burnout nicht weit. Und neurodivergentes Burnout existiert. ADHS-Burnout existiert. Autismus-Burnout oder besser gesagt autistisches Burnout existiert. Und da ist es sehr häufig nicht sinnvoll, zuerst an sich selbst rumzudoktern und vor allem sich selbst einzureden, dass ja eigentlich alles gar nicht so schlimm ist. Und lustigerweise habe ich das genau mit diesem Video getan. Ich glaube, ich habe das auch nur gedreht, um mir selbst nochmals einzureden, dass alles nicht so tragisch ist. Und ich habe darin dann darüber gesprochen, dass es für mich wichtig ist, Routinen wieder einzuführen, kleine Routinen wieder einzuführen, damit es mir besser geht. Und irgendwie, es stimmt einerseits, das ist für mich wichtig, ich brauche diese Routinen, um mich in Kontrolle zu fühlen. Aber es gab einfach nicht das ganze Bild wieder. Es hat so geklungen, als wäre es super einfach. Als könne man einfach wieder ein paar Sachen machen und dann ist alles super und man kommt aus der Erschöpfung wieder raus. Erstens kann ich das nicht wissen für andere. Und zweitens kann ich das auch bei mir selbst nicht wissen. Und das hat einfach so nach dem Rezept geklungen. Und das stimmt für mich überhaupt nicht. Also wenn es Anzeichen gibt, wenn eine Erschöpfung da ist, finde ich es unglaublich wichtig, sich selbst zu fragen, wie schlimm ist es wirklich. Denn ich glaube einfach, dass sehr viele Menschen und vor allem auch eben Leute mit ADHS, Autismus, ADHD auch vor sich selbst ein bisschen maskieren und es halt herunterspielen. Wir wollen ja nicht eine Belastung sein für andere und wir wollen ja funktionieren. Doch das ist so eine Falle. Denn wir haben es verdient, uns gut zu fühlen. Und das bedeutet auch, dass wir uns Hilfe holen dürfen und dass wir auch offen sagen können und dürfen, dass der Leidensdruck gerade enorm hoch ist. Und ich glaube, ich habe wirklich auch vor mir selbst maskiert. Nebst dem, dass eben ganz viel interner Ebelismus auch noch vorhanden ist. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich sehr wohl mit meinem Therapeuten über diesen Zustand sprechen muss und dass ich nebst den Dingen, die mir zur Verfügung stehen, einfach unbedingt Unterstützung brauche. Und dass das alleinige Einführen von zwei, drei Routinen jetzt bei mir halt einfach nicht ausreicht. Und ich möchte, dass auch niemand anderem vorgaukeln, dass es so easy peasy und einfach ist. Ich sage nicht, dass es das nicht sein kann manchmal. Aber ich stehe einfach nicht für das Herunterspielen von solchen Sachen. Und ich stehe vor allem gegen die Aussage, dass wir immer selbst dafür verantwortlich sind, wie es uns geht. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie triefte mein Video so von dieser Aussage. Eigentlich schon schräg, oder? Man steht eigentlich gegen was, aber es kommt dann genauso raus. Das Problem am internalisierten Ebelismus ist halt auch, wir sind in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Diese Gesellschaft, in der wir hier sind, also ich bin hier in der Schweiz, ich spreche jetzt einfach mal so vom westlichen oder auch deutschsprachigen Raum, ist per se ebelistisch unterwegs. Es geht im Grunde doch immer darum, wie viel der Einzelne zum Reichtum und zur Wohlfahrt des Landes beitragen kann. Und je mehr man das tut, desto mehr ist man quasi wert. Und je weniger, desto weniger. Niemand würde das so aussprechen, natürlich, weil um Himmels Willen, das wäre ja ganz böse, ne? Aber es ist bei uns einfach so in den Köpfen. Und das ist nicht richtig. Darum ist es so wichtig, sich einzugestehen, wie es einem geht. Und auch wenn viele Schuldgefühle da sind, die sind da und die kann man nicht wegreden. Ich weiss es. Sich die Zeit nimmt und die Hilfe nimmt, die man braucht, aus dieser Erschöpfung rauszukommen. Und zwar eben nicht mit dem Ziel, für andere wieder zu funktionieren. Also natürlich kann man sich sagen, ja, ich möchte gerne wieder für mein Kind da sein oder für meinen Partner. Schon klar, aber ich meine nicht, aus der Sicht von Arbeit, für die Arbeit wieder zu funktionieren. Und das bedingt eben auch, dass wir uns nicht in die Tasche lügen und dass wir die Zeichen bemerken. Bei mir ist es die absolute Verspannung. Ich habe auch chronische Schmerzen. Man hat bis heute nicht herausgefunden, was es ist. Und der Schlaf wird schlechter. Ich kann nicht mehr richtig denken oder nicht mehr so schnell wie vorher. Ich merke, dass ich auch teilweise sprachliche Schwierigkeiten habe, etc. Und das sind Warnsignale. Und jede Person hat unterschiedliche Warnsignale, ist mir schon klar. Aber für mich, nachdem ich das Video geschaut habe, war klar, n-n. Und letztlich leben wir neurodivergenten, bunten Brains in einer Welt, die nicht für uns gemacht ist, sowohl sensorisch als auch von all den sonstigen Umständen her, vom Stresslevel, von den Erwartungen, von der Kommunikation her. Und genau darum ist es so wichtig, auch nachsichtig mit sich zu sein und nicht von sich zu erwarten, dass man es alleine retten kann. Und vor allem ist es auch so wichtig, ein Stück weit zu akzeptieren, dass es gewisse Energieschwankungen gibt bei uns, einfach weil unser Brain so reizoffen ist und weil wir so viel mentalen Load haben auch, den wir gar nicht mal so merken, weil wir so viele Mikroentscheidungen treffen müssen, den lieben langen Tag, die andere automatisch machen. Es ist mega schwer und ich habe selbst diese Lösung noch nicht gefunden und ich habe mich selbst da auch noch gar nicht so gut kennengelernt. Aber ja, eigentlich ist die Hauptmessage die, wenn du in einer Erschöpfung bist und ein buntes Brain hast oder auch wenn du kein buntes Brain hast, es ist einfach für mich bei bunten Brains noch so ein bisschen was anderes, weil es kommt. Wenn es dumm läuft, einfach häufiger vor. Wenn du in einer Erschöpfung bist, dann lüge dich nicht an, spiel die Dinge nicht herunter und vergleich dich vor allem bitte nicht mit anderen. Hör in dich hinein und sei mega ehrlich mit dir, weil ich denke mal, der Leidensdruck ist vermutlich höher, als du denkst und es ist einfach wichtig, dass du dir Hilfe holst, wie auch immer die aussieht und dass du dir die Zeit nehmen kannst, die du brauchst. Ja genau, ich hoffe, ich habe jetzt nicht hundert Dinge vergessen zu sagen und ich hoffe, dass nicht wieder irgendwas versteckt ableistisches von mir herausgekommen ist. Aber ja, das sind so meine Gedanken zu der ganzen Geschichte und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder reinschaut und ja, vielen Dank einfach fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis bald!